Unter dem Motto Ein Tag mit uns lud die nordrhein-westfälische Polizei kürzlich zu einem großen Familienfest nach Dortmund ein. Rund 150.000 Menschen waren dieser Einladung gefolgt. Die Polizeikräfte aus allen Bereichen boten den Besuchern einen umfassenden Einblick in die Vielfalt der Polizeiarbeit. Hierzu gab es mehrere Anlaufstellen in der Dortmunder Innenstadt. Dort wurden verschiedenste Polizeiaktivitäten gezeigt. Angefangen von Fahrzeugschauen und der Verkehrskontrolle bis hin zur Spurensuche und Spurensicherung. Eine besondere Variante des Polizeieinsatzes wurde im Hafengebiet zur Schau gestellt. Vom Hubschrauber EC 155 seilten sich Spezialeinsatzkräfte im Teamwork mit der Fliegergruppe und der Wasserschutzpolizei ab und postierten sich für einen Sondereinsatz. Die Hubschraubersequenz des Sondereinsatzkommandos, die mehrmals am Tag durchgeführt wurde, zog besonders viele Blicke auf sich. Ein buntes Rahmenprogramm mit Musik und Vorträgen rundete den Tag mit der Polizei Nordrhein-Westfalen ab.